Ich geh mal kurz zurück. Hallihallo, Leute! Ich hoffe, es geht euch gut. Aufgrund von Sachen spüren wir jetzt Risk of Rain. Ich glaub, ich krieg die Überleitung nie geil hin, ohne dass es künstlich und komisch klingt. Kein Scherz. Ja, das ist super. Wow. Okay, also ich wär soweit. Also wollt ihr eine Runde machen, ja? Ja, wieso nicht? Können wir alle zusammen nochmal spielen. Mhm. Geht's gern. Also vielleicht ist das nicht eine Nieselrunde, weil das wird wahrscheinlich über eine Stunde noch gehen. Ja, ein Niesel dauert zu lang. Mhm. Machen wir nochmal. Ja, ich hätt's trotzdem nicht monzu, aber das ist so halt. Ja, ja. Also ich wär soweit. Drei Spiele in allen Streamen, heute lässt es aber krachen. Tja, Dopsa, ja, irgendwie schon. Da hast du recht. Eigentlich wollten wir ja Borderlands, wie gesagt, weiterdingsen. Aber, äh, wir haben jetzt alle gerade beschlossen, dass es total cool ist, wenn wir Risk of Rain lieber spielen. Ja, das hat keiner an. Aber das ist eh viel besser. Heute ist so ein Risk of Rain Sonntag. Ja. 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 Wegen der Sternkonstellation natürlich. Mhm. Wo steht denn gerade der Jupiter? Ähm, in Kongruenz zu Saturn. Und der Venus. Konnte ich helfen? Mhm, ja. Cool. Ich fand es mir super, aber ich bin immer noch im Laden, bin schon mit so 100%. Bada Boy, Bada Boy. Bada Boy, warte, das war doch Minions. Ja. Dopsa schreibt, klar, die Sterne, was denn sonst? Ja, Mann. Was spielst du denn, schönes Dopsa? Überspringen. Überspringen. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das besser oder schlechter ist, dass die Augen sich jetzt bewegen. Ich habe doch mal eine Anfrage. Naja, ich glaube nicht, dass da jemand reagiert. Ich finde es gut. Blup. Okay. Kevins Profilpilz sind bei mir drei Punkte. Oh. Echt? So sehe ich aus. Hm. Okay, I'm ready. Ich habe eine Person. Ja, warte mal, ich müsste es da unten jetzt auch ausschalten, sonst kann ich nicht spielen. Noch gar nicht. Warte noch drauf, dass ein kleiner Mann ins Bett geht, damit ich mit seinem Papa Bigfoot hier angehen kann. Schön. Oh, Mann. Versuche mal zu Schlaflieder zu singen, das hilft bestimmt, Dopsa. Reicht eure Meinung auch übrigens, was Emotes angeht? Soll ich da mal irgendwie, also habt ihr irgendein Emote, was ihr nicht so geil findet, was ich ersetzen soll? Von meinen vielen, also irgendwie eine Emote-Idee? Irgendwas, was ihr euch wünscht, Halb. Ich weiß nicht, wie man einen Lost bildlich darstellen muss, äh, kann. Hm. Das ist eine gute Frage, ne? Hm. Sehr ready? Ja. Ja. Achso. Dann bin ich mal bereit, ne? Ich hoffe, das ist jetzt bei mir nicht. Okay, nee, es sieht gut aus. Weil gerade hat mir immer noch die Lobby gedeckt. Oder es sind Direktgegner. Direktgegner und auch ein Golem, was zur Hölle. Hey, wieso ist, wieso, 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 wieso war Markus schon im Game? Oh nein. Waren alle schon im Game? Oh nein. Ich hab schlechte Fötungen. Hier sind zwei Schreine des Berges. Könnt direkt machen. Vier, drei, komm, machen wir alle, oder? Ruhig, hab schon, ich hab... Wir machen alle. Ja. Ja, aber Tim ist jetzt nicht da, ne? Doch, doch. Tim ist da. Ja, jetzt... Irgendwie... Ich mein, wir kriegen unsere Items dann quasi durch den Boss, also... Ja, eigentlich schon. Und der erste ist jetzt noch nicht so krass. Hm. Ich hab mir hier halt ohne gefunden. Ne, ich hab vor einigen Spiel. Das sehe ich jetzt. Ich muss mir das nicht. Äh, ich hab hier noch ein Schrein des Berges. Noch einen. Mach mal. Mach an. Ja, klar. Dann lass direkt dir mal jetzt zum Boss gehen. ja aber wenn es halt wirklich so viele sind das sind halt schon echt ja ich glaube ich ich bin gespannt wie das eigentlich beeinträchtigt hey viele haben wir jetzt weiß es nicht und ich will das glaube ich gar nicht wissen haben wir noch irgendwo kisten auf ich habe richtig viel geld vielleicht auch jemand ja gut dann machen wir den boss jetzt also ich habe noch einen super schuss damit kann ich vielleicht zwei ok ja ich habe gedrückt was kriegen wir so ein eisgolem aber nur einen aber kleine golems abwarten abwarten da sind die anderen hast du mal alles genug oh shit ich habe hier keine deckung ne es ist nur einer oder ich habe eher das problem dass es bei mir rumdeckt ich habe noch ein bisschen angst oh shit oh schatze du bist low ja ich weiß wer macht jetzt mehr schaden oder das ist ein großer und ein anderer war noch irgendwo anders ja aber die kleinen zählen jetzt nicht oder die ganz kleinen nicht näher aber den kriegen wir ja ich fahre richtig gut und jetzt aufpassen dass sie nicht alles einsammeln oh mein gott alter erst mal jeder drei jeder darf weiß ich nicht wie viele schreiner hat man gemacht 5 jeder nimmt 1 1 1 habe ich ich habe gerade 2 genommen oh wirklich wir sind sogar beieinander jeder 2 2 ist egal nimm dir irgendwelche 2 das dritte 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 habe ich ja das vierte vierte habe ich das 5 und jetzt ja aber ich habe es hell bei mir nicht ok dann nehme ich mir das hier noch und irgendwer hat hier noch eines über ja dann nachbier warte ich habe jetzt 5 wiebko oder markus sein ja ja ok cool was macht das wenn man vier schnell miteinander killt jetzt können wir nochmal nach kisten zu das ging doch ganz ok mhm ging wirklich ganz ok ja ja mhm mhm aber ich habe sehe gar nichts mehr an kisten ich habe das höchstens 2 von ja auch gerade keine kisten mehr ich markiere wenn ich eine sehe was habe ich jetzt eigentlich bekommen also was macht das ähm wenn du vier gegner schnell tötest bist du in so einem rage modus hm ich weiß nicht was der rage modus macht aber ja blut 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 pöt so ich bin was ist denn der schreien des waldes ich glaube wir könnten starten oder ok ja ich habe 200 ja ja okay da war für nichts mehr ein paar drohnen ich habe viele drohnen gefunden weil irgendwelche leute die immer liegen lassen ich habe auch eine drohne ne ich habe auch eine drohne ne ich habe auch eine drohne ne ich habe fünf ne ich habe auch eine drohne ne ich habe fast gar nichts von den pump abgedeckt da hinten ist der tp kann ich mal gehen und hier kann man wieder seinem leben opfern was ist das denn für ein dealer ding ich lass mal schwimmen ach ja das ist ja in so einer ihr wisst schon ich bin tot alter was ich wurde einmal getroffen und bin auch fast tot ich auch der stand auf einmal bei mir der der oh ja kevin ist tot er hat mich mit was fand das denn die beugtpicher sind sehr 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 gefährlich ja ok interessant nicht so schlimm ich kann ein ding ich hatte so ein paar stacks auf mir und auf einmal hat es platsch gemacht mhm 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 achi ich bin verworpen mhm guck mal hier ist so unnt mov aktivierungsding explosions sagde Previously nagel was machen wir mhm u ok der ist tot aber das ding ist nicht aufgehoben nein es fehlt noch ein monster okay ich bin gerade irgendwie runtergefahren wieder weggebacken jetzt bin ich doch nicht runtergefahren ah nice positive an lex der war kein void viel mehr hier das ist anders schwer gerade zu spielen okay das war ein gold viel mehr bereich ist noch zu auf jeden fall so schnell wenn ich jetzt ganz schnell laufe ein bisschen aufpassen weil ich opfer da ja leben wo der schrein ist wahrscheinlich da drüben ja du lachst gerade in die richtung der ist rechts über dir da oben ist jetzt kommt überhaupt gar nicht nur mit meinem sprung na klar leer fährste ich habe blätter gedrückt echt aber jetzt bist du drüben also wenn ich wenn ich was drückt da kommt das man kann ja bis kunde versetzt durch 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 durchgelegt mir ist ja at once schwer so zu spielen weil versteht also da wird dann ist mein internet halt wirklich außen und aufer das spiel nicht geht das ja auch gut auch hier bei dem schläft oder ob du das mit dem charakter im rennen schießen kannst laufe ja warum fernst du ich ich habe links klick die ganze zeit gedrückt ne ja manchmal meine ich meine noch wirkliche auf du das weißt ja ja das weis ich auch manchmal rück ich mein finger weh dann pausesi ich damit das zu drücken. Hast du noch eine Kiste, Tim? Ja, die könntest du bauen, aber ich hab noch gar nichts. Soll ich aufhören zu looten? Weil ich hab schon einiges hier in Items. Ja, ich weiß, ja, ich kann... Ja, nein, 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 ich kann schon weiter looten. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, wenn ich das einsammeln kann. Also ich sammle das an, was ich gerade finde, aber mach deswegen nicht Pause. Okay. Ich würd jetzt mal zum Schreien gehen, dass wir schnell die anderen holen können. Oh, was Rotes. Es schießt geisterhafte Schädel, wenn du geheilt bist. Ah, nice, ich hab Heilkugeln aktiviert. Einen Pilz hab ich auch. Ruhl mal aus. Ja gut, Pilz kannst du ja nicht verwenden, ne? Ja doch, ich sitz hier gerade. Wenn ich geheilt werde, das ist doch viel. Aber ich seh keine geisterhaften Dinger, die... Oh! Oh, Papa, du schießt so flammende Dinger weg. Hä? Okay, geh doch jetzt mal auf. Ohhhh. Aber ganz ehrlich, ich find den Schrei nicht. Wo soll der sein? Der ist rechts von dir. Also, wächst sich halt sehr schnell, aber... Rechts von mir. Da geht's auch zu. Ah, da oben. Seh's. Okay, soll ich starten, Tim? Äh, ja, ich bin bei dir. Aber warte, hier ist noch eine Kiste. Okay, I'm ready. Dann starte ich, ja? Mhm. Mein Finger... kurz... Huh! Okay. Wir haben jetzt aber keinen Schreien gemacht, oder? Warte, irgendein Schreien. Ne, ne, ne. Wir müssen einfach bloß zweien. Wir schaffen das. Ja, das sieht voll gut aus. Ja, das sieht voll gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Nein, aber... Hm? Ah, ist gut. Ah! Ah! Ah mein Gott, die Kampel alles nieder. Sich in der Grund zu stehen. Oh! Ah! Tim, nicht sterben bitte! Probier's! Du Kampel hier alles nieder. Ah! Oh mein Gott! Ich muss ja weg. Dass du irgendwo feil ist. Wobei, äh, wir können Sachen einsammeln. So. Ähm... Ich hab Armandgoldnus genommen. Ja. Zwei sind für dich. Ah! Ja, also wenn ich einen kille, dann kommen da so Heilkugeln. Wenn du hier einfach umherläufst, solltest du geheilt werden. Ja, ja. Warte mal, ist das hier so... Nein, ist wieder weg. Ihr könntet los, ne? Ah, ja, ja. Okay, ich mache ja. Nix wie weg. Geblockt stand hier, was? Hä? Doch geht, 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 geht. Manchmal geblockt das einfach. Okay. Boah! Glück gehabt, ey, Glück gehabt. Ich dachte, wir schaffen das nicht. Hallo. Also Tim, ja, aber ich nicht. Hebe! Oh je, da ist da wieder so ne Void... ...Gegend hier. Hm, ich hab so nen Samurai-Dings, das wirft manchmal Samurai. Okay. Ich halt mich jetzt zurück mit Bluten, ja? Habt ihr gehört? Ja, ja. Und ich hab ein paar mehr Items als ihr. Und ich hab ein paar mehr Items als ihr. Boah, dann sind ja alle Bihar nicht. Wenn, 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 wenn du nicht normal weiterludest. Weiß nicht, wie es semi-gut es ist, wenn man einfach sich verbrückelt. Alter, ich bin sofort gestorben. Durch so nen Void-Ding. Sofort. Instant. Dusch! Aber hab ich ja gesagt, dass ich nicht loote. Also, come on! Ja. Du warst mal herziger Samurai-Ding. Ja. Du warst mal herziger Samurai-Ding. Woah, 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 ich brenne. Oli, macaroring, ey. Oli, maoli. Macaroni, ey. Oli, moli. Whoa! Wollt mal herziger. Na komm schon, ich bin so pleite. Pleite? Jo. Was hast du gekauft? Äh, ja nichts, ich habe nichts. Ich bin einmal herangegangen und habe sofort was bekommen. Oh, das ist schön. Und nochmal. Okay. Ich habe da ungefähr 1000 Gold ausgegeben. Ich habe gerade... Wir freuen uns trotzdem für dich, Tim. Ich habe gerade wieder hintereinander was bekommen. Und das dritte Mal. Naja, doch nicht. Aber dafür lagts bei mir. Ist dafür ein Handicap. Hm. Hm. Wie bald wollen wir den Boss machen? Wie viel Kischen... Sind bald keine Kischen mehr da, gell? Okay. Ich habe 1000 Gold. Also wenn es noch irgendwas gibt, würde ich das sehr gerne ausgeben. Vielleicht oben? Oh, hier ist was. Hier ist was. Ja. Ja. Ja, von mir aus kommen wir vielleicht. Was bringt den Aufbereiter noch, ne? Hey, du kannst so Items tauschen. Ja. Das ist das Ding, was du mit damit kannst. Ist der Aufbereiter nicht, dass du was durch wechselt? Aktivierst dann und komm da. Äh, ja, recyceln. Ach so. Also nicht das Item, was man mitträgt oder was? Das nimmt mal mit und recycelt alle möglichen Gegenstände. Hm. 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 Okay. Oh, hier ist noch eine Kiste. Äh. Mann. Wollt ihr auch jetzt an. Hm. 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 Du weißt viel mehr Items als ich. Ich glaub das passt. Ja. Ich nehm mir noch dieses eine Kack-Ding. Gebe mein nächstes Geld aus. Nichts natürlich. Aha. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Von mir aus kommen wir starten. Was ist mit dem, was da liegt? Das ist so ein Aktives, das ist nicht so gut. Ich würde starten. Ja. 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 Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Eieiei. Geschafft das. Ich glaub an euch. Ja. Bestimmt. Ich bin tot. Alter, wieso sind hier Zäune? Ich bin da nicht weg. Ich bin tot. Eieie. Eieieie. Froat, dass du noch fallen. Das ist noch deinen Q, Marco, ne? Eie? Der lenkt die Gegner ab. Dein Q. einfach drücken ich mach mir gar keinen schaden ade die heilen sich über die ganzen gegner die hier angezogen werden ich meine bewegt sich gerade auf einmal das geht ja dies auch alles an der q macht nur tötungseffekte ich verstehe deine und nicht so kannst du die dauerhaft machen nur dann er mal das ist das das rechtsklick ist meine zweitfähigkeit das ist das was ich jetzt mache ja weil er nie sekunden abgehen von wenn du da gedrückt hat man sieht ja noch nicht von leuten sie sind cool dann hat das jetzt 15 sekunden gerade man sieht ja nicht das ist so kurz ist sein cool da ja aber dann kann ich 30 sekunden und da ist alle tot wie nah ist na ich dachte nein das ist aber alles verstanden aber steht ja mal dass es man verstehen will aber ich sagte ja wohl nur böses fortsetzen fortfahren fortfahren habe ich gedrückt